Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 8. April 2024, 10.08 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe General. Wir schauen heute auf zwei Aktien aus dem Chipsektor. Das ist zum einen ASML aus Europa und Nvidia aus den USA. Für den Chipsektor gilt natürlich weiterhin, dass hier die Musik spielt, dass es das Zugpferd auch im laufenden Jahr ist. Dennoch haben wir in den letzten Wochen eine Beruhigung im Sektor gesehen. Das war natürlich mehr als gesund, dass es hier mal zu Konsolidierungen kam. Die waren preislich zum Teil gar nicht so ausgeprägt, aber haben etwas Druck vom Kessel genommen, wenn man so möchte. Deswegen habe ich jetzt diese beiden Aktien heute mitgebracht, um eine Standortbestimmung vorzunehmen, wo wir uns im übergeordneten Bild befinden, aber dann auch klar natürlich für die Trader auch, welche Marken kurzfristig entscheidend sind. Wir starten mit ASML und da hat sich in diesem Jahr sehr wichtiges getan. Sie sehen hier diese starke Wochenkerze im Januar und mit dieser Wochenkerze haben wir nicht nur das Hoch aus dem Jahr 2023 überschritten, das hier ja auch noch mal im vierten Quartal angetestet worden war, sondern auch das Hoch aus dem Jahr 2021. Insofern ist diese breit angelegte Korrektur, die uns seit dem Jahr 2021 begleitet hat, de facto mit diesem Ausbruch über die Marke von 777 Euro, kann man sich gut merken, beendet worden. Aus dieser Geschichte ergeben sich jetzt Kurzziele deutlich jenseits der 1000 Euro Marke, das kann man schon sagen. Ob es zuvor noch mal eine solche Variante gibt, dass wir beispielsweise hier noch mal den Pullback sehen auf die 777 oder dann direkt durchmarschieren und dann erst hier wieder in eine Konzentrierung einbiegen. Das ist aktuell offen. Aufgrund des Momentums ist eher die grüne Variante zu bevorzugen. Man kann sich dennoch natürlich Kursalarme setzen hier in dem Bereich 777 und 698. Gerade für die Pullback Trader interessant, wenn die Aktie dort noch mal aufschlagen sollte. Vorgeschaltet haben wir hier mit diesen Tiefpunkten im März bei 855,10 und 863,70. natürlich wichtige Orientierungsmarken, alles was sich darüber abspielt, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, ist als Konsultierung auf hohem Niveau einzustufen. Also die Aktie im Big Picture gerade auch mit der Entwicklung dieses in diesem Jahr sehr Bullish einzustufen, um das noch einzuordnen. Wir können noch etwas weiter hinausgehen und da sieht man natürlich auch, wie dann diese Rallye 2018 bis 2021 mit der Kursvervielfachung auch wieder korrigiert worden ist und wir jetzt in die nächste Impulsphase eintreten bzw. uns schon mittendrin befinden. Das Ganze noch mal kurzfristiger betrachtet und das ist insofern jetzt interessant, weil die Aktie sich auf diesem hohen Niveau jetzt schon einige Wochen aufhält. Heißt also, gerade auch für die Kurzfristrader könnten sich in den nächsten Tagen neue Signale ergeben. Ein kleines Kaufsignal entstünde, wenn wir die 923,80 überschreiten, das war hier das Zwischenhof vom 21.03., dann wäre 958,40 das Ziel. Das ist ja das Allzeithoch aus dem März und wiederum darüber wäre dann auch die Konsolidierung seit dem 08.03. beendet und vierstellige Kurse eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit. Wie gesagt, wenn man das hier als Hauptantriebswelle eines Impulses nimmt und davor schon sieht, dass noch mal einige Impulsaufwächerungen stattgefunden haben, dann kann man sich schon ausmalen, dass bei 1000 aller Voraussicht nach noch nicht Schluss sein wird. Man kann beispielsweise, das wäre jetzt die sehr bullische Variante, hier diese Länge dieser Strecke sogar nehmen und an dieses Tief antragen, dann würde man ein Ziel bekommen bei 1178,50. Das kann man natürlich auch für die anderen Abschnitte durchführen, aber nur mal um so eine Orientierung zu haben, was das bedeuten könnte, wenn die Aktie dann hier das rausnimmt und auch sich über der 1000 etabliert. Was wäre bärisch und das ist ja noch beileibe nicht auszuschließen, dass wir einfach uns noch länger aufhalten in dieser Konsolidierung. Man kann eigentlich von bärisch da auch gar nicht sprechen, also das wäre beispielsweise jetzt so eine Phase, dass wir einfach nur mal das ganze zeitlich verlängern und dann irgendwann im Bereich des EMA 50 vielleicht aufschlagen und uns da dann erst ab, ja nach oben abstoßen. Unterhalb des EMA 50 und unterhalb dieser letzten Tiefs, die ich ja vorher schon im Wochenchart gezeigt habe, wäre dann der Pullback in Richtung 777 zu bevorzugen. Die Kernfrage ist, wie so oft in dieser Situationen, war das schon die komplette Konsolidierung oder war sie nur ein Teil und wir stecken jetzt in einer Zwischenerholung und sehen dann noch mal eine zweite Welle abwärts, mindestens zum EMA 50, zu diesem Tief, besser noch etwas tiefer, um dann vielleicht auch einige Stops abzuholen und den Markt zu bereinigen. Das ist also die Kernfrage, wenn Sie jetzt in dieser Aktie kurzfristig agieren, müssen Sie sich klar sein, dass es immer noch diese Variante geben kann, wenn Sie Lungen etwas unternehmen und deswegen den Trade dann auch engmaschig beobachten. Gerade auch wenn hier dann nach dieser, nach einer Zwischenerholung wieder deutlichere Schwäche reinkäme, dann würde das für diese zweite Abwärtsstrecke sprengen. Ansonsten aber alles im grünen Bereich, dass die Konsolidierung so flach verlaufen ist, wertig bullisch, auch sind ansteigende Tiefpunkte festzustellen. Wir notieren oberhalb der EMAs, also hier haben die Bullen erstmal noch die besseren Argumente. Kleiner Trigger, wie gesagt 923,80 €. Wenn Sie etwas hatten möchten auf die Aktie von ASML, dann können Sie natürlich die Aktie nehmen, das ist ganz klar. Kostet allerdings auch schon 913,90 €. Einfacher geht es mit Hebelprodukten, hier mit der WKN SU3RXP. Ein Turbo Endless Call, beispielsweise mit einer K.O.-Schwelle und dem Basispreis bei 619,46 €. Der Hebel bei GU3. Und ja, falls Sie doch darüber nachdenken, bei etwaigen Verkaufssignalen auch mal auf der Short-Seite etwas zu unternehmen oder die Aktie zu hatchen. SU2 7D0, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 1.263 €. Der Hebel auch hier um die 3 €. Das sind, das ist ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, immer nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Sie haben natürlich ein breites Angebot an Derivaten, auch auf Aktien wie ASML und NVIDIA auf der Website www.sg-zertifikate.de. Die Trading-Aktionen, auf die ich Sie explizit hinweisen möchte, gerade jetzt auch im April, 3 an der Zahl. Deutsche Bank MaxBlue, alle Kunden der Deutschen Bank MaxBlue MaxBlue handeln bis zum 30. Juni 2024 ab einem Ordervolumen von 1.000 €. Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der SG gebührenfrei. Kunden der Darat Bank bis Ende Mai, ebenfalls gilt hier das Mindestordervolumen von 1.000 €. Und bei der Easy Bank läuft die Aktion nur bis Ende des Monats, also bitte daran denken, bis Ende April, ab einem Ordervolumen von 1.000 € bis maximal 20.000 €. Haben Sie alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Societe General gebührenfrei. Bitte immer achten, außerbörslicher Direkthandel, der Direkthandel mit der Societe General, wenn Sie über die Börsen gehen, haben Sie natürlich noch Börsenentgelte. Nutzen Sie also diese Aktionen, um Gebühren zu sparen und dadurch die Profitabilität zu verbessern. Zweite Aktie, kommt man natürlich nicht drum herum, wenn man vom Chipsektor spricht, das ist Nvidia. Es ist gefühlt etwas ruhiger geworden, was auch mal gut ist. Die Aktie wird immer noch massiv gehandelt, aber ja, kommt jetzt erstmal nicht vom Fleck. Wir hatten sie ja sehr oft auch schon in diesem Jahr thematisiert. Natürlich hier nochmal das starke Kaufsignal, auch im Januar mit dem Überschreiten der 502,66 €. Ähnlich wie bei ASML Hier ging dann den Bullen knapp unter der Vierstelligkeit die Puste aus. Hier ist es ja das ganze in US-Dollar. Und ja, bislang ist das Das ist da noch alles offen. Das kann eine kleine Top-Bildung werden und wir uns mal wieder in Richtung dieser Aufwärtstrendvariante bewegen. Das kann aber auch eine Trendfortsetzung werden, werden wir gleich im Tagesschart sehen. Man muss sich halt im Klaren sein, dass ähnlich wie in dieser Situation hier, wir uns schon sehr weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt haben. Da hat es mal dazu geführt, dass einige Monate, ja man kann fast von einem halben Jahr sprechen in etwa, die Nvidia Aktie dann seitwärts gelaufen ist. Ähnliches wäre auch mal denkbar. Ja, nur um das einordnen zu können. Also die Aktie muss jetzt nicht im Zuge einer Korrektur direkt so nach unten, stark nach unten sich bewegen. Sie kann diese überkaufte Situation auch über die Zeitachse auf hohem Niveau abhaken, sozusagen. Sehr bullisch wäre es natürlich jetzt, wenn wir direkt wieder Momentum aufnehmen, die 974 Dollar Marke überschreiten, dann dürfte auch bei der 1000 nicht Schluss sein. Dann gehe ich auch hier von einer weiteren Beschleunigung aus, Richtung 1200, 1300. Also da ist erstmal die, meiner Ansicht nach, wenn man sich das hier anschaut, erstmal, wenn überhaupt, eine Dreierwelle hier beendet und da dürfte auch noch hier einiges Nachkommen in meinen Augen. Was kann man so noch mitgeben außer dem Trigger auf der Oberseite? Ja, wenn es mal deutlicher rappeln sollte, dann fände ich diesen Bereich hier ganz interessant um 660 Dollar. Wir haben ein Tief bei 662,48. Wir haben hier ein Tief bei 663 und ein Hoch bei 666. Also das könnte ein interessanter Punkt sein, wenn wir wirklich nochmal deutlichen Abverkauf sehen. Das wären ja rund 200 Dollar, was es dann abwärts gehen würde. Aktuell nicht unbedingt zu bevorzugen, aber man sollte es mal im Hinterkopf behalten. Kompletten Pullback auf die 502,66 fände ich schon wieder zu bärisch in der aktuellen Situation, aber wäre dann eventuell für die Pullback Trader nochmal eine Chance. Mir wäre das dann eigentlich schon zu tief. Jetzt hier die kurzfristige Situation und da gibt es meiner Ansicht nach jetzt klare Marken, die man sich hier vormerken kann. Wir haben ja mehrere Gaps gerissen im Zuge dieser Aufwärtsbewegung. Die kurzfristig relevanten sehen Sie hier. Das ist zum einen 822,79. Das Gap vom 1.3. auf 4.3. und dann noch die starke Kurslücke vom 21.2. auf 22.2. zwischen 771, 25 und 688, 88. Das wäre also und auch nur im Falle einer Top-Bildung, gehen wir mal davon aus, das würde jetzt hier aufgelöst werden. Wäre das ein Szenario, was man verfolgen könnte, dass man sagt, okay, eine gewisse Marktbereinigung, wir kommen dann wieder in den Bereich der Aufwärtstrende, in den Bereich des EMA 200 und dann setzen wir das Ganze fort. Das wäre jetzt Stand Wochenbeginn nicht meine bevorzugte Variante. Ich finde jetzt spannend zu sehen, dass die Kerze hier, wo wir ja glaube ich auf Tagestief geschlossen haben oder nahe des Tagestief geschlossen haben, jetzt erstmal gekontert worden ist. Das hier ist ein kleines 2, ist eine kleine 2-Kerzen-Umkehr-Formation, ähnlich wie wir hier bärische Umkehr-Formationen gesehen haben, jetzt eine kleine bullische. Und warum habe ich die Aktie reingenommen? Ja, wir verteidigen damit auch diese leicht ansteigende Tendenz und haben jetzt mit diesem, mit diesem Hoch vom Donnerstag natürlich einen schönen Trigger bei 936,34, weil viele, die hier auf eine Fortsetzung, auch auf ein Gap-Close spekuliert haben, meiner Ansicht nach dann oberhalb dieser Kerze ausgestoppt werden und dadurch kann dann neues Momentum in Richtung der Huse entstehen. Deswegen, wenn man jetzt direkt was macht, schon noch tricky, ja, also das kann zum EMA 50 gehen, das kann das Gap hier schließen, das kann auch noch tiefer gehen, da müsste man eng absichern. Wenn man allerdings mit dem Momentum geht und den Bruch hier abwartet, würde ich sagen, steigen die Wahrscheinlichkeiten. Schlussendlich könnte man jetzt beispielsweise so vorgehen, dass man halbe Positionen fährt und dann, wenn der Trigger bei 974 überschritten wird, auch auf volle Positionen geht. Insgesamt sind das für mich von der Struktur her dreiteilige Muster und daher werte ich das Ganze eher bullish. 906,34 als kleiner Trigger, 974 als großer Trigger, antizyklische interessante Marken, 822,79 das kleine Gap, EMA 50 und dann hier die Tiefs um 771,25. Zwei Derivate noch abschließend auf die Aktie von Nvidia, da haben sie natürlich auch eine breite Auswahl mit der WKN SU43YQ, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich K.O. Schwelle bei 592,38,30 der Hebel um die 3. Dann haben wir noch SW7E1U, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich K.O. Schwelle bei 1171,23 der Hebel bei gut 3, auch hier. Bleibt mir nur, Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Bin gespannt, wie sich das Ganze dann im Chipsektor auflösen wird und wir hören uns gerne wieder, wenn Sie möchten, kommende Woche. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Bis dahin. 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 Bis dahin.